ja und da sind wir wieder da aber der hocks letzt ist gestern weiter in dieser hütte und jetzt haben wir hier oben noch mehr da haben wir noch zwei joshis da oben ein adler aber noch und ich gehe jetzt mal rauf da und guck mal ob ich die flach pfeifen da weg machen kann aber ich sollte mich vielleicht noch einmal wenn ich da hoch hier noch einmal ein verband rumhängen damit damit ich fit bin ja wir können jetzt hier leider nicht viel machen wir können ihnen unterstützungsfeuer geben sozusagen so ich gehe jetzt mal hier die sonne hütte ja machen sie mal ich gucke manchmal meinen leuten hier um mich das sie mal moment ja ich kann jeweils einen minuten warum kann ich den luten ich hab den doch folgen schon gelohnt weil ich da habe euch nicht so noch irgendetwas brauchen hier ist auch noch was wir gehen einmal in die hütte ja wir gucken uns das wieder an hier liegt nichts da ist er warte mal wir gucken ob wir sie finden wo ist sie da oben steht sie ja da ist sie einmal winken und einmal hin und her wackeln bitte jawohl da ist die miri ich gehe mal ins gebäude da rein vielleicht ist da ja was drin für uns was neben einem auge mit dem sechsfachen so ok aber nichts drin bisschen munition ok da schnappe ich mir die flach pfeifen da oben ok da oben ist noch ein gebäude waren sie da schon ja da muss ich ja jetzt hin ach so können sie bitte einmal nachschauen was wir jetzt noch brauchen ja wir brauchen einen brief in die heimat drei briefe aus der heimat drei abschiedsbriefe drei verschiedene dokumente reichen ein scharfschützenbericht und ein dienstplan und zwei steinadler aber die haben wir markiert jetzt bin ich da ja doch ich gehe hier hoch ich gehe hier die treppen hoch wie sie genau dann schauen wir mal ich könnte den weg machen aber damit die ganze damit ich keinen bock drauf komischerweise wir haben dann mal in einer folge gehabt aber auch ich habe ja was okay sehr nützlich ein geheimdienst bericht von eduardo golini golina sorry oder die leno ich lade mal nach ok ich gehe mal hier um die ecke und dann muss ich gucken ich hoffe dass die beiden flach pfeifen da alleine sind das hoffe ich auch der eine steht jetzt in ihrer problem ich muss da irgendwie leise rauf ich meine das ist nicht das problem da aber sehen nur die beiden ganz ehrlich hat schon wieder bastardo gesucht ich bin aber bereit sie sehen sie oder die sind oberhalb ich gehe jetzt ganz leise hoch und ganz leise könnte auch einen aber ja mach weg jetzt sind sie beide jetzt in bewegung war sagt sie kommen auf ihn zu einer hat sich hingelegt und andere rennt dahinten nach wo die minen sind ich habe jetzt gar nicht geguckt wie viele meter das waren wenn er nämlich über 100 meter ist hätte ich mal hier liegen mir irgendwo ich muss mal eben kurz gucken ich habe kein bock siehst du schweine was auf der mine getreten sein sie vorsichtig weil ich muss ja da irgendwie um die ecke glaube ich aber ich werde die mine mal eben kurz entschärfen wenn das die einzige war also ich gehe mal ganz langsam daran und dann gucke ich noch mal um die ecke ob sie können den steinadler jetzt wirklich nur ich lasse natürlich überlassen sie ihn recht darf ich okay man sind weg oh warte weil der hunde auch ein abschiedskriff ja wohl 171 meter dann muss ich ja dann eben nicht so muss ich hier noch mal gucken ob ich hier eventuell noch eine mine ist jawohl ah da ist noch einer seht ihr ich hab's geahnt die werde ich mir mal eben schnappen das ist immer wichtig wenn ihr über 100 meter habt müsst ihr das objektiv dann auf 200 meter stellen aber hab ich jetzt nicht dran gedacht wahrscheinlich auch hier schon gewesen der Fall ist entschärft so hier müsste auch noch was liegen wird mir auf jeden fall angezeigt ich weiß es nicht ich schau mal Leiche durchsuchen Dokumentos Standorte Standorte Gute Arbeit mein Freund ok ja gute Arbeit auch von meiner Seite aus dann schauen wir mal auf die Karte ich muss noch da hab ich jetzt alles ne ich guck jetzt noch mal nach was brauchen wir sieht man erstmal hier auf der Karte wie groß das ist zwei Briefe aus der Heimat noch ein Scharfschützenbericht ein Dienstplan zwei den einstein alle gewisse und zwei verschiedene Dokumente das wird jetzt nicht leichter ne wo sind denn die beiden Briefe aus der Heimat 80 Meter das müssten wir eigentlich auch so schaffen what oder wir gehen mal auf 100 Meter habe ich denn jetzt hier alles durchsucht ich muss noch hier rein glaube ich was machst du da wieder hoch auch nur ein LKW hochgejagt achso oh hier liegt noch was hier ist noch was hier liegt auch noch was oh Briefe aus der Heimat das Picknick sehr schön jetzt muss ich einmal nach oben hier ist noch ne Treppe liegt hier noch was ah da lassen wir mal lieber ne hier ist nichts mehr ich hab alles durchsucht jawoll hier oben ist alles sauber jawoll so hier müsste noch ein LKW stehen kann ich den sehen hier sind viele LKW ist eigentlich noch ne hier sehe ich den glaube ich nicht so sagen sie mir mal wo ich jetzt hin muss wir müssen ganz nach unten da muss ich da runter glaube ich ja da müssen sie durch irgendwie wir müssen auch weiter ich weiß gar nicht ob ich jetzt da so einfach durchkomme ja also sie müssen runter und dann links und ich gehe nochmal weiter den Weg hier lang ach ich muss da lang ne ja ok dann gehen wir mal langsam weiter äh unten ist noch ne Munitionskiste wenn sie unten rechts jetzt gleich gehen hier jetzt rechts und dann bis zum Ende und was wir an dem linken Felsen rum rumlaufen so rum genau da ist noch ne Munitionskiste so und wir gehen auch mal weiter weil ich weiß nicht ob uns nicht da noch noch was kommt ok ist ja wieder ok ja haben sie gesagt habe ich gehört ich könnte jetzt erstmal den LKW unbrauchbar machen um zu gucken wie viele Leute da noch rumrennen doch keine gute Idee auch ich fand's ne gute Idee haben sie schon gemacht hm ich weiß noch gar nicht ob da noch einer kommt ja dann wollte ich ja rausfinden achso ich kann ja hier den Steinadler schon mal machen ja dann mach ich den weg ok brauche ich die große äh warum hä muss ich den ich auf 100 Meter setzen gibt's doch gar nicht wieso kann ich den nicht treffen ich hab keine Ahnung das gibt's doch gar nicht ich steh doch hier unten warten so manchmal ich krieg Besuch ok ne krieg doch nicht hat nur eine Stolpermine dabei ich krieg gleich Besuch scheiß die Wand an ne ich lass den Steinadler ich hab hier ein paar Leute um mich rum ja lass es noch der müsste hier um die Ecke stehen ich schmeiß mal was mach mal keine Randale jetzt da ne ne ich muss die aber weglocken ja aber keine Randale machen oh der kommt ich guck mal ob ich den anlocken kann guck mal her guck mal her ich hab mal für dich hier oh jetzt kommen sie beide scheiße äh Junge Junge ah jetzt kommt da wieder Zoolog und jetzt lock ich an nein komm beide ey verdammt naja das ist natürlich doof ne die beide ins haus schicken jetzt haben wir es gemerkt der läuft hier durch wo die Minen sind und da möchte ich nicht unbedingt durchlaufen und vielleicht gehen die ja beide schön geordnet zurück oder so ich möchte mal einen leise killen ich hab ja bis jetzt noch nicht einmal geschafft nicht einmal na Leute was meinst du das was verdammt verdammt alles gut ok haben nicht geschossen wollte auch leise aber die ließen mir leider keine andere Wahl mich sieht jemand oder mich hätte jemand gesehen der kommt gerade angelaufen der Kamerad ja mann ist alles sauber der hat mich wirklich nicht gesehen ok ich kann ihn jetzt hier noch nicht helfen ne richtig schlimm der ballert hier rum wie doof ich logge den mal an guck mal her guck mal hier gucken komm mal in ihre Luft du ich oh jetzt gehörst du mir was ja der hat gesagt jetzt gehörst du mir und jetzt ist er tot so dann gucken wir mal hier sind wir das tat mir jetzt leid weiter können wir nicht locken ich muss mal ein bisschen im gebüsch bleiben hier ja ich kann ihnen unterstützungs geben jetzt ja wenn das hier richtig ist ah oh ah da ist ein scharf geschützt darf ich den scharf nein 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 warte ja ich hab verstanden da kommen jetzt die kommen jetzt zu mir alle oder scharfe schützt also ich kann hier nichts machen ohne diesen scharfe keine chance alle drei getötet ja scharfe schützt kann ich hier nicht entfernt ja bleib locker mit einem scharfe schützt irgendeiner sieht mich noch aber ich weiß nicht wer ach man aber das denn jetzt oh gott sei ich lebt noch da war eine mine verdammt ok gott sei dank habe ich mich vorher noch verbindet verbunden ich wollte gerade nach wo ist denn scharfe schützt ich kann nichts machen hier sie können auch nichts machen kann ihnen noch nicht mal unterstützung geben ja das ist natürlich kacke da ist er genau genau dazwischen darf ich aber nur den scharfschützen ei oh 300 meter haltet ihn auf scharfschütze ist weg sehr schön ich habe die mine gefunden sämtliche scharfschützen sind tot hat er mit wollte sie scharfe schütze sagen ok dann kann ich hier auch wieder die mine ist auch bewegt so hier was die rennen aber wieder wie die ameisen hier unten die müssen sie erst mal ein bisschen beruhigen ja da rennt auch einer am eingang bei ihnen bei zwei stück passen sie auf da kommt jetzt einer zu hoch ja ist ok hier gibt es wohl nichts mehr zu holen du soll mal kommen ja der ist aber noch weit weg ja ok da muss ich erstmal alles ein bisschen oh ich hab was gefunden oh wir haben jetzt alle vier von vier ja das ist sehr schön ja der rennt wieder zurück jetzt kommt wieder einer hochziehen in die richtung ja die laufen hier zwischen dem lkw und der die sind ein bisschen nervös ich glaube auch ich glaube mir nochmal schmeiße ich mal da hinten ist das eigentlich da ein tunnel oder ist das dann ein Weg da ist einfach nur ein Weg ah verstehe ich muss jetzt aber noch einmal gucken weil hier hier wird garantiert auch noch zurück und wahrscheinlich rennt der eine wieder dann hoch ja die tauschen sich hier immer aus ja hier wird garantiert auch noch irgendwo eine mine liegen oder auch nicht und scheiße entschuldigt bitte diesen ausdruck aber ich meine ist schon doof so wir haben keine scharfschützen mehr das heißt wir können hier wir können ganz leise vorgehen frei bewegen da rennt auch einer deckung aufgeflogen was das problem ist einfach irgendeiner hat mich gesehen oh nein das heißt ich muss hier weg ja dann nur stellungswechsel machen hau da einfach nur ab die kommen die sich dann beruhigt hat die kommen ja nicht zu dir rauf oder so so jetzt denken die du wärst kaputt genau und jetzt hat sich alles wieder beruhigt außer einer da unten der dreht noch ein bisschen am Rad ich muss jetzt gucken ob ich irgendwelche Leute hier markieren kann ne ist alles gelb hier noch ne bei mir nicht gehe ich jetzt da lang oder gehe ich hier lang ich gehe hier lang alle Augen richten sich wahrscheinlich hier oben rauf so sieht das aus ich kann hier ganz leise mal runter und mal ein paar Leute hier markieren mhm den zurück der ist markiert aber hier liefen auch immer welche lang seien so vorsichtig da rechts um die Ecke da ist ein Lkw ja ganz ruhig ich wollte es nur erwähnt haben Herr Hoxn ich wollte es nur erwähnt haben Abschiedsbrief dabei jawohl oh da kommt einer den konnte ich aber nicht markieren ich muss mal eben in das Gebüsch hier rein vielleicht bleibt mal so vor dem Gebüsch stehen da ist noch jemand den ich nicht markiert habe irgendwo läuft da ist er ja ich markiere die mal alle da ist ein Panzerfahrzeug ja kannst du das auch markieren soll ich da was schießen dass das dich nicht mehr verwegen kann das wäre schon mal ne Maßnahme kann ich aber auch machen naja ja gut so das sind eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun Leute im Moment nein vor ihnen hier sind auch noch welche wie vor mir wenn sie runter gehen und rechts um die Ecke da rennen auch noch zwei ja da kann ich die kalbi habe ich noch nicht gesehen wenn sie sich hinterm lkw verstecken da kommen die dann dann da sind die hier in dem Gebüsch ah der eine kommt wieder zurück vorsicht ne ah der sie jetzt hat er sich da versteckt kannst du ihn anlocken ja ich muss erstmal gucken wo der ist der liegt hinter den kisten hat er sich versteckt ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht kann ich ihn erledigen nein kannst du nicht ich will den ich muss den erstmal anlocken weil ich nicht weiß weißt du bevor die nicht alle markiert sind ist hat scheiße die müssen markiert sein sonst er kommt in ihre richtung jetzt hat er sich gesehen er kommt zu ihnen jetzt habe ich ihn gesehen ne der hat mich nicht gesehen ja doch der hat sie gesehen der hält der wartet aber auf sie der kommt jetzt gleich in ihre richtung schmeißen wir ein steinchen ah ok super gemacht so kann man das auch machen ja aber passen sie auf hier ist auch noch einer da da läuft noch einer kommt jetzt in ihre richtung der ist hier ein stahlhelm auf der ist dann aber hinter mir hinterm lkw sozusagen da bin ich ja jetzt da ist einer gerne ja genau und da ist noch einer doch ein schwein oh ich schau ab ja da sind schon wieder zwei drei soll ich mitmachen nein noch nicht ich hau jetzt erstmal ab au alarm artillerie kommt ja kann ja dahin aber da bin ich ja schon lange nicht mehr da ich bin doch schon lange nicht mehr da okay ich bin doch schon lange nicht mehr da da kommt einer in ihre richtung ja das wäre schön wenn er hier hoch kommen würde ja mach da in rot ja ich warte auf den dann soll er mal kommen ja der schleicht sich langsam nach oben jetzt hat er kurz pause gemacht mhm könnte dem auch einen verpassen und jetzt ist schon wieder gut ne der kommt der kommt zu ihm ich gucke ob ich ihn anlocken kann mit dem stein mhm ne mach wohl keinen sinn ich lass den erstmal hier hin kommen der kommt und dahinter kommt noch einer aber der geht nicht einer nur versuchen sie nochmal mit dem steinchen ja moment hä wieso ist der denn ja komm da bin ich rauf gelaufen den einen sehe ich der jetzt hier hoch kommt ja warum haben die alle so ein ausrufezeichen ich weiß nicht kommen alle jetzt in ihre richtung einer ist tot warte mal ja ich glaube die haben den tod mitgekriegt na das ist unmöglich also ich mische mich da noch nicht ein richtig noch nicht nein in eins zwei drei vier hab alles gefunden ich nehm mal die leiche mit ich bin ja ich bin ja ein freundlicher mensch ja und schmeiß die leiche dann auch ins gebüsch damit sie keiner sieht so du kannst gleich wenn ich dir sage dann kannst du erstmal dann kannst du loslegen weil wir versuchen das so zu machen eigentlich hat es ja noch keiner gemerkt ja die sind zwar alle ein bisschen nervös und doof und stellen sich alle ein bisschen blöd an ich rutsche mal ein bisschen näher ran so jetzt bin ich wieder da wo sie gerade Dings reingeschmissen haben kannst du bis zum haus gucken ich kann sogar noch weiter gucken kannst du oben auf dem linken balkon da sitzt einer der ist nicht markiert ich glaube da ist der kommandant Kannst du den da auf dem linken balkon ja von vorne ne hier ist keiner ne kann ich von hier aus nicht sehen ok so wir müssen jetzt gucken dass wir hier so langsam aber ich versuche mal ran zu schleichen ja von gebüsch zu gebüsch jawohl und ich sag dir gleich wenn du loslegen kannst sag ich dir dann gleich ja ich hab verstanden da kommt wieder einer angelaufen na komm doch komm doch mal gucken komm doch mal gucken aber da brauchen wir erstmal ne kleine pause machen ja moment ich muss mal gucken wie die jetzt reagieren wenn nicht muss ich noch einen höher rutschen ok leute es bleibt spannend bleibt dabei leute ciao ciao